Hi, ich bin Tina. Ich begleite Lohmann am Spieltag und nehme euch heute einen Tag mit. Wenn wir aus dem Spielertunnel kommen, gehen wir gemeinsam zu Sebastian Wiese, wo Lohmann und Sebastian das Stadion begrüßen und den Spieltag eröffnen. Anschließend geht es zur Geschäftsstelle, wo schon zahlreiche Arminis darauf warten, auf ihre Plätze gebracht zu werden. Denn diese sitzen mitten im Stadion und sind natürlich immer dabei. Auch Zeit für Autogramme und Fotos mit euch im Stadion gibt es ausreichend. Zur Mannschaftsaufstellung darf Lohmann natürlich nicht fehlen und ist mit Sebastian auf dem Rasen unterwegs. Dann geht es mit der Mannschaft und einem Einlaufkind aufs Spielfeld. Im Familienblog findet ihr uns dann in der Halbzeit, wo auch ganz viel Zeit für Fotos und Autogramme ist. Anschließend feiern wir viele Siege vor der Südtribüne mit der gesamten Mannschaft und Lohmann ist immer sehr glücklich, dass ihr alle dabei seid. Vielen Dank für euer Kommen, vielen Dank fürs Videoschauen, wir sehen uns ganz bald im Stadion.